Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei diesem Tutorial heute zum Thema Integration Testing und Integration Testing mit Docker und Testcontainers. Zuallererst mal ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Kevin Wittek, ich bin aktuell Doktorand am Institut für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule, wo ich auch die Forschungsgruppe Blockchain-Technologie leite. Und darüber hinaus bin ich auch selbstständig mit meiner eigenen Firma SturacoSoft, wo ich verschiedene Dienstleistungen anbiete, wie Trainings, Workshops zu verschiedenen Themen oder auch mal so Sachen mache wie heute dieses Videotutorial. Und ich bin einer von drei Kern-Maintainern des Testcontainers, Projekts und allgemein ein großer Open-Source-Befürworter und Fan. Darüber hinaus auch Oracle Groundbreaker Ambassador, Grid-Git-Kraken Ambassador und ich bin einer der Koordinatoren unserer lokalen Software-Crafting-Meetup-Community. Die Key-Learnings dieses Videotutorials ist die Tatsache, dass es heutzutage mit modernen Technologien, vor allen Dingen Containertechnologien, mit relativ wenig Aufwand möglich ist, komplette und komplexe Testumgebungen zu beschreiben und auszuführen. Und das Ganze als Infrastructure as Code, als Teil unseres Repositories, als Teil unseres Projektes. Das wiederum ermöglicht es uns natürlich mit relativ wenig Aufwand, echte Integration-Tests zu schreiben und zwar Integration-Tests, die gegen echte externe Abhängigkeiten und externe Anwendungen testen. Und das wiederum ermöglicht es uns, Integrated-Tests zu vermeiden. Was sind Integrated-Tests? Das werden wir uns genauer im Verlauf dieses Videotutorials angucken. Und wenn wir uns nochmal einen Blick auf dieses kleine Code-Beispiel hier werfen aus einer Shell, das ist eigentlich eine Idealvorstellung, zu der wir hinkommen sollten. So sollte eine Onboarding-Experience in einem neuen Projekt aussehen. Und dabei ist es egal, ob es jetzt ein Projekt in einer Firma ist oder irgendein Open-Source-Projekt. Ein neues Team-Mitglied soll dazu in der Lage sein, ins Team zu kommen, das Projekt auszuchecken und es direkt bauen zu können, direkt testen zu können, direkt ausführen zu können, ohne dass irgendwelche komplexen Operationen auf dem Betriebssystem durchgeführt werden müssen, irgendeine Umgebung aufgesetzt, externe Abhängigkeiten installiert werden können. Alles sollte self-contained in diesem Projekt beschrieben sein. Entwickler Tutorials. Dein Potenzial. Dein Training. Dein Vorsprung.